Guten Morgen und herzlich willkommen bei unserer SMAX Session zum Thema Microsoft Update. Schön, dass Sie alle da sind. Für alle, die mich noch nicht kennen, will ich mich mal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Katja Ligel, ich bin Marketing-Spezialist bei der Pegasus IT und arbeite seit über vier Jahren hier und kümmere mich um das Marketing und das gesamte Event-Management. Und bevor wir gleich loslegen, warten wir aber noch einen kleinen Moment, weil uns noch ein paar Teilnehmer fehlen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, Katja, ich glaube, wir können starten. Alles klar. Ja, denke ich auch. Okay. Also, heute möchten wir uns mit dem Thema Microsoft und aktuellen Themen beschäftigen. Dabei geht es zum Beispiel um News von der Microsoft Inspire, die ja neulich war, Windows 11, Microsoft Viva und auch neue Funktionen in Teams oder auch Security-Lösungen. Fragen dürfen Sie wie immer jederzeit gerne über den Chat stellen und am Ende haben wir wieder ein paar Minuten Zeit, wo wir auf jeden Fall auch individuell auf die eingehen können. Da auch gerne das Mikrofon Fall schalten. Und ja, jetzt würde ich als erstes direkt an Alexander Kais übergeben und dann geht es gleich los. Danke. Katja, ich danke dir. Eigentlich wäre in dieser kurzen Pause, die wir jetzt gerade in der Wartezeit hatten, noch Musik gekommen, aber mein VLC-Player hat sich leider verabschiedet. Und ich wollte jetzt nicht noch das reparieren anfangen. Ja, schönen guten Morgen. Microsoft Update. Katja hat es gerade schon gesagt. Wir haben heute richtig was vor. Es gibt viele Dinge zu erzählen. Es ist viel passiert in den letzten Monaten. Und ja, vor allem auch auf der Inspire, die ja die größte Partnerveranstaltung von Microsoft ist. Die ist tatsächlich letzte Nacht weitestgehend zu Ende gegangen bzw. ein paar Sessions laufen noch. Das ist ja zeitzonenmäßig einfach so, dass da in den USA gerade noch was läuft. Aber das Wichtigste, das wollen wir uns einfach jetzt unter anderem mal mit anschauen. Wer mich noch nicht kennt und ich gucke gerade mal so über die Teilnehmerliste. Ich glaube, die meisten kennen mich. Alexander Karls bei der Pegasus im Bereich Projektmanagement und Consulting tätig mit dem Schwerpunkt auf Microsoft. Mein Lieblings-Software-Hersteller aus Redmond. Da kann man sich tatsächlich den ganzen Tag und sein ganzes Arbeitsleben mit beschäftigen mit dem, was da immer an Neuigkeiten kommt. Ja, bin jetzt mittlerweile schon fast vier Jahre bei der Pegasus, 20 Jahre in der IT unterwegs und jetzt wieder in leitender Funktion auch bei der Pegasus seit, ich glaube, mittlerweile auch schon wieder einem Vierteljahr im Bereich Vertriebsaußendienst. Ich bin agiler Teammanager für den Bereich Vertriebsaußendienst und arbeite ansonsten auch noch als Trainer und als Coach. Einige Worte noch zur Pegasus. Die müsste mittlerweile aber auch jeder schon mal gesehen haben, die Folie von den Teilnehmern heute. Und es gibt seit 1998 momentan 49 Mitarbeiter ISO-zertifiziert in allen Ausprägungen, wie man sich das so vorstellen kann und wie man sich das auch wünscht von einem IT-Service-Dienstleister. Wir sitzen in Regenstauf bei Regensburg, sind mit unseren Rechenzentren in Nürnberg angesiedelt. Da haben wir zwei Stück davon, sind deutschlandweit in Person bei unseren Kunden unterwegs, aber auch weltweit für unsere Kunden aktiv. Das heißt, wir haben natürlich auch aufgrund der ganzen Cloud-Geschichten und so weiter natürlich auch Kunden mit Sitz in Brasilien, in den USA, in Australien, in Südostasien. Ja, und da haben wir natürlich den Anspruch unserer Kunden zu erfüllen, dass wir halt auch dann in der jeweiligen Zeitzone, weil wir es gerade von Zeitzonen hatten, entsprechend auch aktiv werden können. Ja, dann die erste Neuigkeit, die wir so haben für die Teilnehmer, die nicht in unserer Pegasus-As-You-Go-Snack-Session-Reihe gewesen sind. Mal so das Allerwichtigste, unser 360-Grad-Ansatz, den haben wir uns jetzt mit auf die Fahne geschrieben, dass wir gesagt haben, wir möchten das noch besser für unsere Kunden einfach hervorheben, was wir eigentlich tun. Das heißt, wir bieten Service zum Beispiel im Bereich On-Premise-Infrastruktur, Netzwerke, Server, Storage-Systeme, alles, was da so eben dazugehört. Dann haben wir natürlich das Ganze auch in einer gehosteten Variante bei uns im Rechenzentrum. Wenn Sie sagen, Sie möchten Ihre Server zum Beispiel zu uns stellen ins Rechenzentrum oder Sie möchten vielleicht Backup-as-a-Service nutzen, dann ist das natürlich auch ein Thema, was wir an der Stelle auch können. Variante 3, der Hybrid-Betrieb, auch das ist natürlich möglich, dass Sie einen Teil der Daten bei sich lassen, einen Teil der Daten zu uns legen und einen weiteren Teil der Daten zum Beispiel bei Microsoft betreiben, in Microsoft 365 zum Beispiel. Und Variante 4, der Full-Cloud-Betrieb heißt entweder alles bei uns oder alles bei Microsoft oder dann eben in der Mischung aus den Varianten 2, 3, 4 und 1 im Prinzip. Lassen Sie es da laufen, wo Sie es am besten brauchen können. Wir haben ganz neu bei uns im Rechenzentrum das Thema Open Nebula, eine echte Edge-Cloud-Lösung, bei denen wir einfach alle Systeme, egal wo die laufen, auf Amazon, auf Microsoft, bei Ihnen, bei uns oder wo auch immer entsprechend unter ein Dach kriegen, das Ganze zentral verwalten können. Und das rundet das Ganze natürlich ab. Und insofern nochmal einfach hier diese Folie mit dieser Information. Das ist das, was wir tun. Das ist das, was wir Ihnen anbieten können. Und das ist das, wie wir unsere Arbeit auch entsprechend verstehen. Gut, genug des Marketing-Sprechs, was wir alles tun. Kommen wir direkt zum Kernthema. Allen voran natürlich das Thema Inspire News. Was gab es auf der Inspire? Alles Erneuerungen. Dann natürlich Windows 11. Thema die letzten Wochen schlechthin, gerade im Bereich Endpunkte, Client Management und so weiter. Beschäftigen wir uns seitdem die Developer Preview da ist. Wer es gesehen hat, wir haben ja da auch schon den ein oder anderen Post auf Twitter und Facebook dazu geschrieben. Ja, natürlich dann Windows 11, auch Windows 365 beziehungsweise Cloud PC. Gucken wir uns auch an. Viva Connections wird dann eigentlich das eins der großen Kernthemen heute. Dann Experience und New Onboarding Experience für neue Mitarbeiter. Wie kann man das neben Viva zum Beispiel auch mit SharePoint und Co. tun? Was gibt es bei Teams Neues? Wie kann ich mit Teams telefonieren? Auch eins der heißen Themen 2021. Die Leute sind alle ins Homeoffice gegangen letztes Jahr. Dann hat man festgestellt, mit dem Handy telefonieren ist nicht so toll. Mit einem Telefon-Client über ein VPN zu telefonieren ist ebenfalls nicht so der Hit. Insofern, wie kann ich es anders oder besser machen? Wollen wir uns auch noch mal kurz anschauen und dann geht es noch mal richtig tief rein in das Thema Security. Defender for Endpoint, Azure Log Analytics, Security Center und Sentinel. Und zu guter Letzt dann das Thema Lizenz Self Service bei uns, ein Service der Pegasus. Fangen wir mal gleich an mit dem Thema Inspire. Die Inspire, wie gesagt, größte Partnerveranstaltung von Microsoft, die es gibt, hat den starken Fokus einfach für uns als Microsoft Partner weltweit einfach uns zu vernetzen. Auch mit anderen Partnern und natürlich dann auch die neuesten Themen einfach uns vorzunehmen. Eben nicht mit einem reinen Marketing Ansatz oder einem Ansatz, wie kann ich mich als Kunde dazu informieren, sondern einfach aus Sicht, wie kann ein Partner diese Dinge sinnvoll nutzen und wie hat der Kunde dann letzten Endes seine Vorteile daraus. Das Ganze lief, wie gesagt, jetzt die letzten zwei Tage und die Top Themen, die vorgestellt wurden, sind allen voran natürlich das Thema Security. Man sieht es jetzt hier in dem Screenshot aus einer der Video Sessions aus der Keynote von Sacha Nadala, dem CEO von Microsoft, das oberste Thema, was Microsoft dieses Jahr vor allem jetzt hat und bei Microsoft muss man sagen, fängt das Geschäftsjahr zur Jahresmitte an. Das heißt, wir befinden uns bei Microsoft im Fiskaljahr 22 und die haben sich tatsächlich das Thema Security noch größer auf die Fahne geschrieben, als es die letzten ein, zwei Jahre eh schon getan haben. Wer sich damit beschäftigt, wird relativ schnell feststellen, Microsoft und Security, das, was man vielleicht früher gesagt hätte, naja, ich weiß nicht, ist das wirklich eine Disziplin, die Microsoft drauf hat? Ja, mittlerweile haben sie es tatsächlich drauf. Sie sind in den wichtigsten Gardner-Quadranten und auch in der Forrester Wave einfach überall auf den führenden Plätzen oder auf dem Platz eins mittlerweile mit dem, was sie tun. Und Microsofts Ansage ist ganz klar in dem Bereich, für das Fiskaljahr 22 plant Microsoft einen Umsatz im Security-Bereich von 10 Milliarden US-Dollar. Das ist eine Ansage. Und wenn ich mir das ganze Konstrukt so anschaue, was wir heute noch alles auch sehen werden, dann glaube ich, dass Microsoft das tatsächlich schaffen wird. Wir wollen aber natürlich jetzt nicht ausschließlich den Kollegen aus Redmond dabei helfen, ihre Geschäftsjahresziele zu erreichen, sondern was natürlich noch viel wichtiger ist, wie können Sie das für sich als Kunde sinnvoll nutzen? Wie kann das zum Beispiel auch eine Alternative zu anderen Endpoint-Lösungen oder Security-Lösungen darstellen? Dann natürlich ganz wichtig das Thema Cloud PC mit Windows 365. Da mittlerweile natürlich klar ist, Windows 11 ist sehr anspruchsvoll geworden, was das Betriebssystem angeht, was die Hardware-Anforderungen angeht, ist es eigentlich nur eine logische Schlussfolgerung zu sagen, für die, die nicht wechseln können oder wollen, bieten wir zum einen Windows 11 in der Cloud, zum anderen aber auch das Thema Windows Virtual Desktop, was ja auch schon seit ein oder zwei Jahren eigentlich immer wieder mal so ein Thema gewesen ist, aber einfach aufgrund der Komplexität, gerade für den kleineren oder den Mittelständler einfach viel zu aufwändig war, das zu bauen. Das wandert jetzt einfach auch als orchestrierte Lösung, ähnlich wie Office 365 und Microsoft 365 in die Cloud als fertiges Produkt. Das heißt, ich als Kunde gehe her und sage, ich brauche jetzt für meine zehn Anwender zehnmal Windows 11 in der Cloud. Das Ganze ist tatsächlich multiplattformfähig. Ich kann Windows 11 in der Cloud dann mit jedem Endgerät einfach starten. Es gibt eine App dazu, ansonsten läuft es halt im Browser und damit kriege ich es einfach multiplattform hin. Das heißt, diese ganzen Themen, so wie ich sag mal in den 2010er Jahren das Thema Thin Clines mit Citrix und Remote Desktop Web Services oder Remote Desktop Services, das kriegt wahrscheinlich mit dem Ganzen wieder eine Renaissance, einfach weil die Verwaltung der Geräte natürlich schon auch immer eine ziemliche Herausforderung ist. Ich habe einen Kunden, der ist auch weltweit, mit denen hatte ich die Tagetermin und wenn ich mir das anschaue, was die Verwaltung dieser ganzen Infrastruktur einfach auch intern für einen Aufwand bedeutet, dann ist das natürlich schon auch ein Weg, den man ganz gut gehen kann an der Stelle, weil ich diese ganzen Themen Security, Absicherung der Betriebssysteme, Absicherung vom Netzwerk und so weiter einfach in Azure habe. Und sobald eine Windows VM, egal ob das jetzt ein Windows Server ist oder eine Windows 11 oder Windows 10 VM auf Microsoft Azure läuft, kümmert sich Microsoft um den Security Bereich. Das heißt, ich habe das nicht mehr als Aufgabe als Admin. Ich kann mich einfach an dem Punkt auf Microsoft verlassen. Gute Geschichte, meiner Meinung nach gucken wir aber gleich nochmal rein. Ansonsten dann natürlich Dynamics 365, auch eins der Produkte, die Microsoft in den letzten Jahren extrem vorwärts gebracht hat. Da wurde angekündigt, die Integration von Dynamics 365 mit Teams ist ab sofort kostenfrei. Das heißt, sie können, mussten vorher noch das Ganze noch entsprechend lizenzieren. Diese direkte Integration von Dynamics und von Microsoft Teams, das wächst komplett zusammen und wird dann, ich weiß nicht, also momentan ist es das noch nicht. Ich habe gestern nachgeguckt, aber ich gehe mal davon aus, spätestens Ende des Monats wird das angeboten, dass das kostenneutral in Teams integriert werden kann. Ansonsten Viva, auch das, wie gesagt, ein ganz, ganz großes Thema. Auch das werden wir uns heute noch anschauen. Und Microsoft 365 Lighthouse beziehungsweise Orland für Microsoft 365. Das sind Produkte, die wir als Partner zur Verfügung bekommen, um einfach unsere Kunden noch besser bedienen zu können. Das heißt, wenn Sie eine Umgebung haben mit zum Beispiel Microsoft 365 Business Premium, dann können wir auf dem Weg zusammen eine Vereinbarung treffen, Sie mit uns als Pegasus, dass wir uns um den Sicherheitsbetrieb dieser Systeme, die in Ihrer Umgebung laufen, kümmern können, dürfen oder Sie halt auch über Sicherheitsvorfälle informieren können. Das gibt uns einfach eine ganz andere Möglichkeit. Wir müssen nicht mehr von Tenant zu Tenant wechseln. Wir müssen uns nicht jede einzelne Umgebung im Detail anschauen, sondern das ist einfach Microsofts Ansatz, weil die halt wissen, dass das ein extrem kompliziertes System geworden ist mittlerweile, dass wir als Partner sie wesentlich schneller und besser und effektiver betreuen können, weil wir halt die Security-Sicht auf die Systeme der Kunden, die wir betreuen, viel besser präsentiert bekommen, um dann auch schneller und besser reagieren zu können. Das sind mal so die Top-Themen, die wir für uns einfach rausgearbeitet haben. Natürlich waren auch noch ganz andere Sachen dabei, vor allem so das erste Thema Umweltschutz natürlich. Microsoft sagt ja, sie wollen den ökologischen Fußabdruck wesentlich verkleinern. Das sind natürlich auch alles gute Sachen, aber da muss ich sagen, die sind gut und es freut mich auch, aber das hat jetzt in der direkten Kundenpartnerbeziehung für den Kreis, den wir heute haben, meiner Meinung nach nicht so die große Relevanz. Gut, gehen wir gleich mal in den Bereich Windows 11 rein, was da so drin steckt und damit natürlich dann auch in das Thema Cloud PC. Windows 11, wie gesagt, wir haben es bereits am Start. Wir können das auch Ihnen in der Demo gerne mal vorführen, wenn Sie möchten. Wir haben dazu uns auf Azure einfach auch einen VPC hochgezogen. Wenn Sie es mal ausprobieren möchten, wir testen bereits für die Hauptapplikationen, die wir bei uns im Einsatz haben, die Kompatibilitäten durch. Bis jetzt funktioniert alles so, wie man sich das vorstellt und das Ganze auch sich wünscht. Im Grunde genommen, Windows 11 ist ein gepimptes Windows 10. Wenn man sich die Bildnummer anschaut, sieht man auch da, es ist ein Windows 10 eigentlich mit einer anderen Oberfläche. Microsoft hat halt bei verschiedenen anderen Dingen, wie zum Beispiel macOS einfach abgeschaut oder auch iPadOS, hat das Ganze relativ schön aufbereitet. Unterm Strich, was aber viel wichtiger ist, mit Windows 11 ist einfach das Thema Security wesentlich höher aufgehängt, als es jemals in irgendeiner Windows-Version bisher der Fall war. Es ist einfach ein Thema Security by Design und das bringt uns dann auch gleich direkt zu dem Thema der Hardware-Anforderungen. Windows 11 läuft nicht auf Geräten, die nicht mit einem TPM2-Chip ausgestattet sind und bei denen Secure Boot nicht aktiviert ist. Das heißt, wir haben tatsächlich den Zwang zur Security an dieser Stelle. Sie werden kein Windows 11 auf einem PC installieren können, so ohne weiteres. Natürlich wird es auch da wieder Tweaks geben, um das irgendwie zu umgehen, aber der Ansatz ist meiner Meinung nach genau der richtige, herzugehen und zu sagen, diese ganzen Chips und Sachen, die da drin sind, die werden häufig gar nicht benutzt. Also gehen wir jetzt einfach als Hersteller her und sagen, wir booten nicht, wenn das System nicht Code-Integrität liefert, wenn nicht die Grundlagen zum Beispiel für BitLocker da sind. Und das ist meiner Meinung nach genau der richtige Weg und das hat es an der Stelle auch gebraucht. Wer mal ausprobieren möchte, ob Windows 11 auf seiner aktuellen Bestands-Hardware läuft, dem kann ich nur das Tool WhyNotWin11 ans Herz legen. Man sieht es jetzt hier in dem Screenshot hier. Ich fahre mal mit der Maus da eben rüber. Hier, diese Geschichte, das ist ein kleines Tool, das basiert auf einem Auto-IT-Skript und ist als Echse gekapselt. Wenn Sie es haben möchten, gerne mir im Chat schreiben, dann kriegen Sie von mir einen Link auf mein OneDrive, wo die Software drin liegt. Dann können Sie es bei sich selber einfach mal ausprobieren. Und wenn Sie jetzt feststellen sollten, dass Ihr PC-Bestand nicht Windows 11 kompatibel ist, dann ist das immer noch kein Grund zur Panik. Das letzte große Windows 10 Release wird das 21 H2 Update sein, was im Herbst erscheint, wahrscheinlich im September. Und danach gibt es natürlich immer noch den Long-Term-Support für Sicherheits-Updates, für Feature-Geschichten und so weiter. Was es nicht mehr geben wird, ist natürlich die Geschichte, dass dann noch großartige Neuerungen am Betriebssystem selber stattfinden. Das heißt, wir befinden uns dann halt nur noch in einem Pflegekatalog. Aber unterm Strich, es gibt jetzt keinen wirklichen Grund, nächstes Jahr seine gesamten PCs auszutauschen. Natürlich, wer es tun möchte oder wer jetzt heute vor der Entscheidung steht, ich brauche neue Rechner, sollte bitte vorher dann auch sich direkt mit den Anforderungen von Windows 11 beschäftigen. Weil das wäre natürlich schade, wenn Sie sich jetzt heute oder dieses Jahr noch neue PCs anschaffen, dass die dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, wenn Sie dann den Weg zu Windows 11 gehen möchten, nicht funktionieren und an der Stelle halt auch nicht mehr kompatibel sind. Ja, kurz noch zum Thema Windows Virtual Desktop bzw. Cloud PC bzw. Windows 10, Windows 11 auf Azure. So kann so eine Infrastruktur ausschauen, so sieht auch die Architektur dahinter aus. Das heißt, wir haben im Grunde genommen so, genauso wie wir es mit Servern bekommen würden, die wir auf Azure laufen lassen, einfach unsere Struktur, unsere Netzwerkstrukturen bei Microsoft Azure abgebildet. Ja, wir haben hier ein eigenes Subnetz für unsere VMs, die speichern ihre ganzen Daten einfach auf Festplatten, auf Microsoft Azure. Ist im Grunde genommen nichts anderes wie bei VMware oder Hyper-V. Sie definieren einfach verschiedene Segmente, in denen diese ganzen Sachen laufen sollen. Und dazu brauchen wir natürlich Netzwerk und dazu brauchen wir natürlich auch Speicherplatz. Wir können das Ganze auch vorne dran dann entsprechend absichern. Es gibt Firewalls auf Azure, es gibt Security-Regeln, es gibt auch zum Beispiel von Barracuda die Firewall als virtuelle Appliance bei Microsoft Azure. Wir können also hier ein komplettes Subnetz direkt in der Cloud erstellen. Wir können das hier komplett bereitstellen. Und wenn wir dann sagen, wir haben aber noch Sachen, die bei uns On-Premise laufen, ist es auch kein Problem. Wir haben die Möglichkeit, über Network-Gateways eine Verbindung zwischen der Cloud-Welt herzustellen. Es ist ja nichts anderes als eine Infrastruktur, die in der Cloud läuft und mit ihrer lokalen Infrastruktur verbinden über VPN-Tunnel oder das ist natürlich der schnellste Weg über Express Route. Das ist allerdings dann auch der teuerste Weg, den Sie wählen können. Und damit kriegen Sie dann auch die Interkonnektivität zwischen diesen verschiedenen Welten bewerkstelligt. Oben drüber sitzt natürlich Azure Active Directory als der zentrale Verzeichnisdienst. Das heißt, Ihre ganzen Benutzer und Informationen und Kennwörter und was alles dazu gehört, was Sie von Microsoft 365, Office 365 bereits bereitgestellt haben. Das nutzen wir eins zu eins weiter. Ein Benutzer, der Windows 11 in der Cloud oder Windows 10 in der Cloud benutzen möchte, meldet sich auch dort mit seinen ganz normalen Microsoft 365 Zugangsdaten dran an, als ob es ein normaler PC wäre, mit dem er sich morgens zu Hause oder in der Firma, wenn er nicht im Homeoffice ist, anmeldet und kann dann mit seinen Daten und Informationen einfach arbeiten. Im Grunde erweitern wir lediglich das lokale Netz des Kunden an der Stelle und verschaffen hier eine komplette Integration. Wenn Sie sagen, ich möchte aber keine VPN-Tunnel haben, sondern ich habe vielleicht nur noch irgendeine Line-of-Business-Anwendung, die läuft bei mir im lokalen Netzwerk und ich gehe den Weg geistig mal, dass ich grundsätzlich alle meine Rechner in der Cloud laufen lasse, ist das auch kein Problem. Wir müssen nicht mit VPNs arbeiten, sondern wir können das Ganze auch zum Beispiel über den Azure App Proxy zur Verfügung stellen. Das ist ja im Grunde genommen auch nur eine weitergedachte Entwicklung von RD-Web, also Remote Desktop Web Architekturen. Und so können Sie dann im Prinzip jede Anwendung, die bei Ihnen als Software im eigenen Haus läuft, auch direkt im Browser und direkt in Office 365 als Kachel integrieren und kriegen auch an der Stelle einfach diese Brücke geschlagen zwischen den verschiedenen Welten. und das macht es natürlich an der Stelle schon wieder extrem flexibel, weil man halt einfach hergehen kann. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, der hat den Anspruch, möglichst niedrige Latenz zu einem speziellen System haben zu müssen. Da sind wir halt hergegangen und haben gesagt, okay, kein Problem, das System, wo du hin willst, das läuft in Frankfurt. Also ziehen wir deine virtuelle Desktop-Umgebung für diesen Ansatz einfach bei Microsoft in Frankfurt hoch. Wir haben hier aus Netzwerksicht tatsächlich genau zwei Hops bis zu dem System, wo die eigentlich hinwollen. Die Latenzen sind extrem niedrig, weil wir halt innerhalb vom D-Kicks in Frankfurt auf dem größten Glasfaser-Backbone in Deutschland unterwegs sind. Und die User sitzen aber am eigentlichen Standort der Firma hier in Nordbayern und arbeiten halt einfach auf diesen Maschinen. Kann man alles bauen, ist unterm Strich eine sehr spannende Geschichte. Das Schöne ist, Cloud PC macht dieses ganze Setup, was wir jetzt hier gerade sehen, weitestgehend obsolet, weil halt viele Dinge einfach vereinfacht worden sind. Ich muss mir nicht mehr so viele Gedanken machen, welches Netz und welche Disks und was. Diese ganzen Sachen kann ich mir in Zukunft dann sparen. Und es hat halt einfach diesen Software-as-a-Service-Ansatz, so wie Microsoft 365 oder Office 365, den eben ja auch schon seit längerer Zeit verfolgt. Ja, nächstes Fokusthema. Wichtig, ganz wichtiges Thema meiner Meinung nach. Das Thema Viva, Viva Connections, Learning Insights und Topics. Tja, was ist das? Warum gibt es das überhaupt? Was ist Microsoft Viva? Das Thema wurde von Microsoft auf der Microsoft Ignite. Das ist ebenfalls eine große Veranstaltung, die im März und im September, ich hoffe, dass sie wieder im September ist, stattfindet. Und hier geht es halt hauptsächlich darum, neue Themen, neue Developer-Themen vor allem, wie kann ich irgendwo Dinge adaptieren als Softwareentwickler, wie kann ich die für mich einsetzen, behandelt werden. Und da war eben ein ganz großer Block das Thema Microsoft Viva. Was ist Microsoft Viva und warum brauchen wir das überhaupt? Dazu müssen wir einen kleinen Ausflug machen und uns mal ein bisschen die Zahlen anschauen von dem, was die letzten 18 Monate so passiert ist. Wir haben eine weltweite Pandemie. Wir haben Leute, die ins Homeoffice gehen. Wir haben Leute, die aber vielleicht nicht ins Homeoffice gehen konnten, weil sie sogenannte Frontline-Worker sind, zum Beispiel, indem sie in der Produktion arbeiten, weil sie Paketfahrer sind, weil sie auf einem Schiff arbeiten und das Schiff bringt Container und Güter von A nach B. Und das Ganze hat halt dazu geführt, dass wir nicht mehr diese alte Arbeitsstruktur, so wie wir das vor Corona hatten, zur Verfügung hatten. Das heißt, ich kann nicht mehr morgens früh in mein Büro fahren. Ich treffe dort nicht mehr meine Kollegen jeden Tag. Wir stehen nicht zusammen an der Kaffeemaschine. Diese ganzen Sachen sind halt durch die Pandemie und durch die Homeoffice-Entwicklung einfach größtenteils verloren gegangen. Das führt dazu, dass die Leute, die Mitarbeiter, die Kollegen sich tatsächlich abgehängt fühlen. Die Statistik hier, und das ist eine Umfrage, die Microsoft oder auch eine Studie, die Microsoft in Auftrag gegeben hat, die viele Leute, 60 Prozent sagen, dass sie sich einfach abgehängt fühlen, nicht mehr mit ihrem Team verbunden. Das Wohlbefinden hat nachgelassen. Auch das, Überlastung, wissen wir alle. Man arbeitet im Homeoffice ganz anders mit einer anderen Taktung, als man das im Büro tun würde, weil man halt einfach nicht mehr diese Abstraktion hat zwischen das ist Büro und das ist Arbeit, sondern so wie es mir auch geht, ich arbeite auch seit eigentlich März 20 vom Homeoffice aus. Für mich ist der Gap einfach nicht mehr da. Auch dieses Abschalten können auf der Fahrt nach Hause, im Zug, in der Bahn oder mit dem Auto. Diese Zeiten, die man vorher einfach zur Verfügung hatte, die sind weg. Wenn ich heute Feierabend mache und aus diesem Raum rausgehe, wo mein Büro drin ist, stehe ich sofort in meiner Wohnung. Mein Sohn will was von mir. Meine Frau sagt, ja, und was können wir heute Abend kochen? Und einfach dieses Thema abschalten können und auch vor allem viel mehr arbeiten, als man es vorher getan hat, ist ein echtes Problem. Zusätzlich kommt dann dazu, dass ich halt nicht mehr eben den Kollegen am Schreibtisch gegenüber fragen kann, ey, du sag mal, wo haben wir denn eigentlich die Akte vom Kunden XY hin? Ne, ich erreiche den vielleicht gerade nicht. Ich kann den jetzt auch nicht über den Tisch hinweg mal eben ansprechen. Führt dazu, dass die Leute ganz viel Zeit auch mit Suchen verbringen. Im Schnitt eine Stunde am Tag in etwa verbringen die Leute aus der Studie laut Angaben von denen damit, Sachen entweder zu suchen oder neu zu machen, weil sie es nicht finden, was sie suchen. Und auch ein großes Thema, das Thema Kompetenzen, gerade im Bereich neue Mitarbeiter, haben wir selber erlebt, wir haben während der Pandemie etliche neue Leute eingestellt, ist auch ein Problem, weil man halt nicht mehr das so wie vorher hatte. Ja, ich gehe am ersten Arbeitstag dahin und werde die ersten Wochen da durchgeführt. Das sind halt alles Themen, da muss man sich mit beschäftigen. 79 Prozent der CEOs sorgen sich darum, dass einfach die Qualifizierung der Leute darunter leidet. Ja, jetzt steht da oben das Hybrid-Paradox. Warum ist das Paradox? Wenn wir uns mal auf der rechten Seite das anschauen, das ist jetzt hier ein bisschen klein, ich mache es mal kurz ein bisschen größer. 73 Prozent der Leute sagen, sie möchten weiterhin flexibel arbeiten und auch Homeoffice nutzen können. Andererseits sagen 67 Prozent der Leute, sie möchten wieder mehr persönlichen Kontakt. Und das beißt sich halt natürlich an der Stelle. Wie können wir das jetzt auflösen? Wie kriegen wir die Brücke an der Stelle gebaut zwischen, ich kann von überall aus arbeiten, ich kann so arbeiten, wie ich das möchte. Ich bin heute im Büro, morgen vielleicht nicht. Übermorgen sitze ich irgendwo in einem Flieger, weil ich einfach irgendwo hinfliegen muss oder mit der Bahn. Wie kriege ich die Brücke geschlagen, dass ich mich so verhalten kann? Und wie muss ich mich da entsprechend anpassen? Und was könnte da das richtige Mittel sein? Man sieht es oben rechts in der Ecke. Sacha freut sich. 145 Millionen täglicher Teams-Nutzer sind bei Microsoft aktuell unterwegs. Heißt eigentlich ist natürlich der Weg, wie kriege ich denn das Ganze jetzt zusammen und wie kann ich dieses Paradox an der Stelle auflösen? Welche Plattform wir dafür nehmen? Schon mal relativ klar, nämlich Microsoft Teams. Teams ist die Anwendung schlechthin. Teams ist das am stärksten gepushte Produkt von Microsoft in den letzten Monaten und Jahren gewesen. Microsoft hat selbst einen Zuwachs von über 300 Prozent im Bereich Teams verzeichnen können. Und das ist natürlich schon eine sehr interessante Zahl, weil wenn man sich überlegt, wie Skype for Business vorher gezündet hat, muss man sagen, da hätten sie sich damals das nur erträumen können, solche Benutzerzahlen zu haben. Und deswegen ist das schon mal die erste Antwort auf das Thema, wie mit welchem Modul, mit welchem System oder welcher Software kriegen wir denn die Leute zusammen? Natürlich mit Microsoft Teams. Wie das dann schaut. Das gucken wir uns jetzt mal an. Was kann denn uns an der Stelle Microsoft Viva tatsächlich zur Verfügung stellen? Wir haben mit den vier Modulen von Viva, einmal Viva Connections, die Möglichkeit, meine ganze SharePoint-Umgebung zum Beispiel direkt in Teams abzubilden. Es ist tatsächlich, das stelle ich immer wieder fest in meinen Workshops, in meinen Terminen, die ich mit Kunden habe, ein Riesenproblem, dass die Anwender sich daran gewöhnen, wenn sie was wissen möchten, mal in den SharePoint reinzugucken. Also gehen wir halt her und holen den SharePoint in Teams. Weil Teams ist halt einfach die Applikation, mit der ich zurzeit wirklich die meisten Dinge tun kann. Wer es schon mal von mir gehört hat, Teams ist der Desktop im Desktop. Das trifft hier an der Stelle ganz genauso zu. Wir haben mit Teams einfach die größte Möglichkeit, verschiedenste Dinge abzubilden, neben dem Posteingang, dem Kalender, Telefonie und so weiter. Chats natürlich, Gruppenchats, mit Kunden zusammenarbeiten. Also macht es natürlich an der Stelle durchaus Sinn. Und es ist nur logisch, dass wir an der Stelle uns einfach auch den SharePoint direkt in Teams reinholen, nämlich mit Viva Connections. Zusätzlich Viva Learning, auch ein Modul, was neu dazukommt. Die Möglichkeit einfach für Führungskräfte, für Manager oder auch einfach für Sie als Mitarbeiter mal zu schauen, was gibt es denn für Trainings, was gibt es denn aktuell für ein Schulungsangebot bei mir. Ich habe die Möglichkeit, den Leuten Schulungen zur Verfügung zu stellen. Die Leute können sich Schulungen selber aussuchen. Und ich habe einen Lernpfad, den ich hier abbilden kann, um das Ganze auch dann gleich dokumentiert zu haben für die Personalakte. Viva Insights, eine Art selbstlernendes Wiki, ist auch eine ganz grandiose Geschichte, indem ich einfach mit der Macht der KI meine Daten durchforsten lasse und dann zum Beispiel verschiedene Begriffe, die häufig vorkommen, extrem gut aufbereiten kann. Das heißt, wie jetzt bei uns zum Beispiel, wir haben ein so ein Schlagwort, das ist das Thema Statusmeeting. Wenn ich heute Statusmeeting in Teams schreibe, wird mir dann in Zukunft Statusmeeting gehighlighted, wenn ich mit der Maus drüber fahre. Ähnlich wie bei Wikipedia kennt man das ja auch, geht eine kleine Karte auf. Da steht drin, was bedeutet Statusmeeting für die Pegasus. Und wenn ich draufklicke, klicke ich zum Beispiel alle Statusmeeting-Protokolle, die Videoaufzeichnungen. Ich sehe, wer sind die verantwortlichen Personen dafür und kann mich so einfach viel schneller in meinem Datenpool, der ja auch mittlerweile hybrid geworden ist, zurechtfinden. Und zu guter Letzt das Thema Viva Topics. Oh, ich habe gerade gesehen, ich habe gerade Ihnen Quatsch erzählt. Ich habe Ihnen gerade Topics erklärt. Viva Insights ist tatsächlich an der Stelle nämlich genau das Produkt zum Thema Wohlbefinden, indem wir hier auf MyAnalytics aufbauen und mit MyAnalytics einfach die Arbeitsgewohnheiten, die man ja jetzt auch schon auswerten kann, noch besser auswertet, indem man sagt, wie geht es mir, wie arbeite ich heute, mit wem habe ich heute noch Termine. Ich kann das System auch mich automatisch erinnern lassen, wenn der Feierabend näher kommt. Ich kann dann auch Dinge abgeben oder in meine To-Do-Liste schreiben. Und diese ganzen Sachen, das steckt halt alles da drin. Und wie das ausschaut, das wollen wir uns jetzt an der Stelle mal angucken. Wir haben das Ganze natürlich für uns relativ schnell adaptiert. Das heißt, man sieht jetzt hier auch auf der Seite in Teams, wir haben hier unser Viva Connections und man sieht auch da schon unseren SharePoint. Das, wie gesagt, ist auch ein Thema, was vorher nicht gegangen ist. Ich habe nie diese Top-Navigation da oben in meine Teams-Umgebung reingekriegt, wenn ich einen Link aus einer SharePoint-Seite reingeknallt habe. Und zusätzlich natürlich dann das Thema Viva Insights. Wie gesagt, wie geht es dir, lieber Mitarbeiter? Was kannst du vielleicht heute noch abgeben? Hast du noch Termine? Denk einfach mal kurz drüber nach. Mittags erinnert, bist du noch im Fokus? Schaffst du deine Arbeit? Kurz mal verschnaufen. Wer eine Apple Watch hat, der kennt es. Ich werde regelmäßig daran erinnert, aufzustehen. Und das Thema einfach mal eine Minute durchatmen. Das sind alles Sachen, die hier einfach den Mitarbeiter wesentlich besser abholen. Wir haben es, wie gesagt, bei uns eingeführt. Und die Mitarbeiter, die damit arbeiten, die haben das mittlerweile tatsächlich sehr zu schätzen gelernt. Ansonsten, ja, wie gesagt, Viva Topics, was ich gerade erklärt hatte, zum Thema Status Meeting. Auch das eine ganz wertvolle Informationssammlung, die wir hiermit einfach bekommen. Status Meeting, Organigramm, diese ganzen Begriffe, die einfach hervorgehoben werden, wo ich dann einfach diesen Kontext dazu direkt in meinen Chats zum Beispiel wiederum finden kann. Viva Learning, das ist momentan noch im GA-Status. Also hier kommen wir zurzeit noch nicht rein. Das ist Closed Beta. Einfach aufgrund des extremen Zulaufs, den Microsoft an der Stelle einfach hat. Weil natürlich die ganzen Anbieter, die Trainingsanbieter, wie zum Beispiel Pluralsight oder LinkedIn Learning, mit da schon direkt auf den Zug aufspringen, um das Ganze möglichst schnell dann auch an der Hand zu haben, wenn es soweit ist, wenn es dann in den Go Live geht. Man sieht es ein bisschen in diesen animierten GIFs. Man kann hier einfach halt über eine Karte, so wie man das bei den Chats auch kennt, einfach sagen, ich suche jetzt mal nach Trainings. Ich empfehle meinen Mitarbeiter oder Kollegen, du, schau mal dir dieses Training an. Die können sich dann daran anmelden und man bekommt einfach live auch immer wieder Feedback. Ist es ein gutes Training? Hat es funktioniert? Und wer hat das Ganze dann an der Stelle auch entsprechend absolviert? Gut, genug der Slides erstmal fürs Erste. Wir gucken einfach mal rein, wie das Ganze dann bei uns zum Beispiel ausschaut. Wir haben jetzt hier mal, okay, muss ich kurz mal neu laden. Die Session, die hängt schon viel zu lange. Wir haben hier bei uns in unserem Teams die Viva Connections App mit reingenommen. Wenn man da jetzt mal so draufklickt, dann sieht man auch hier zum Beispiel schon eine übergeordnete Navigation. Das heißt, ich kann hier direkt mich durch die komplette SharePoint-Infrastruktur bewegen mit diesen Sachen. Ich sehe die Seiten, denen ich hauptsächlich folge oder mit denen ich arbeite. Und ich kriege hier unten auch die Newsfeed von meinem Intranet zu sehen. Alles, was da gerade eben neu veröffentlicht wurde. Und ich habe halt hier in meiner Teams App direkt die Möglichkeit, die verschiedenen Seiten einfach direkt aufzurufen. Ich kann mich hier drin so bewegen, wie man es halt einfach auch vom SharePoint gewohnt ist. Aber man hat halt einfach die Situation, man muss nicht mehr irgendwo anders hin wechseln, sondern man macht das Ganze direkt in Teams. Sieht auch genauso aus, wie man es halt von seinem SharePoint gewohnt ist, wie bei uns eben hier mit Wetter und Social News und was da halt sonst noch alles so drin steckt. Und das halt jetzt einfach direkt in Teams. Wir haben dann gesagt, naja, das ist ja ganz nett, aber wir haben ja eigentlich den Ansatz, dass wir nicht tausend Apps für tausend Dinge haben wollen. Weil wir haben ja zum Beispiel auch die Outlook App, die wir uns irgendwann mal gebaut haben für Teams, dass ich direkt meine Mails in Teams anschauen kann. Wir haben so viele verschiedene Apps mittlerweile gebaut, die zwar für den Fokusbereich gut sind, aber es wäre schön, wenn man das Ganze mit einer einzigen App abbilden könnte. Deswegen haben wir uns gesagt, okay, wir haben ja sowieso schon die MyPegasus App, die einfach viele andere Dinge aggregiert. Und da bauen wir jetzt natürlich Viva Connections direkt mit rein. Das heißt, ich habe auch mit der MyPegasus App die gleichen Möglichkeiten. Ich habe aber zusätzlich auch noch die ganzen anderen Features, die so eine App einfach bietet. Das heißt, wir haben hier unseren Q&A-Bot mit reingepackt, der mir verschiedene Themen beantworten kann auf Chatbasis, wenn ich Fragen habe, wie muss ich mich anziehen? Wie läuft es mit Homeoffice ab? Ich kann ihn hier Dinge fragen, kann sagen, hey, was kannst du denn alles für mich tun? Dann sage ich hier, ich würde gerne mal was zu Urlaub. Dann sucht er in seiner Knowledge Base und gibt mir die richtige Antwort dazu. Oder aber ich kann von hier aus auch auf meinen Posteingang zum Beispiel zugreifen, wenn er es denn lädt. Ich muss sagen, das ist heute meine Demo-Umgebung, die ich hier habe. Die ist nicht so performant, wie ich mir das wünschen würde. Aber ich glaube, man kann es sich gut vorstellen. Posteingang, Kalender, wir haben eigene Dashboards da drin, Vorschlagswesen und so weiter. Diese ganzen Sachen, die kann ich hier direkt in dieser App an der Stelle mit abbilden und einfach dem Mitarbeiter dieses gesamte Sammelwerk aus verschiedenen Sachen wie SharePoint Listen, wie zum Beispiel aber auch Formulare, die er hauptsächlich braucht oder die er häufig braucht. Seinen Posteingang, seinen Kalender, Vorschlagswesen und so weiter. Alles direkt in einer App zusammenziehen. Dann, wie gesagt, Viva Insights. Auch das eine super Geschichte. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, mich organisieren zu können. Das Ding motiviert mich auch. Morgens, du schaffst das. Der weiß, heute ist Freitag. Ich kann hier sagen, wie es mir geht. Ich sage, jawohl, mir geht es prima. Ich kann dann auch sehen, wie habe ich mich im Verlauf der Zeit denn geoutet zum System. Wie ging es mir die letzte Zeit? Das System wird auch, wenn ich sage, mir geht es nicht so gut, mich häufiger einfach daran erinnern, eine Pause mal einzulegen, was auch eine gute Geschichte ist. Ich habe hier drüber die Möglichkeit zu sehen, mit wem sollte ich mich vielleicht nochmal auseinandersetzen. Einfach, weil ich mit dem geschrieben hatte und die Konversation ist dann vielleicht ins Stocken gekommen. Ich sehe mein To-Do. Ich bin auf dem aktuellen Stand. Ich kann hier drüber direkt ein Lob an meine Kollegen verschicken, was ich ja aus einem Chat auch tun könnte. Aber das System erinnert mich einfach an der Stelle da dran. Ich kann hier Erinnerungen noch zu verschiedenen Themen aufrufen. Ich kann mir Fokuszeiten entsprechend einplanen. Und das System erinnert mich dann eben auch in schöner Regelmäßigkeit da dran. Wie gesagt, mittags. Mach mal einen kurzen Break. Schnauf mal durch. Oder wenn ich sage, so mein Arbeitstag, der ist jetzt zu Ende. Ich habe aber noch ein Thema auf der Agenda. Das schaffe ich heute nicht mehr. Dann ist der Ansatz, schreib es dir auf, dann hast du es aus dem Kopf. Genau das, was wir hier einfach tun. Ich muss nämlich zum Beispiel noch einkaufen gehen. So, dann sage ich, ich muss noch einkaufen. Ist mir heute aber jetzt egal. Ich schreibe es da hin und dann muss ich nicht daran denken. Ich werde morgen daran erinnert. Ich sehe, wann habe ich mit wem irgendwelche Termine zum Beispiel nächsten Montag. Ich kann noch mal sagen, wie es mir geht. Und das, was man von der Apple Watch kennt, einfach dieses Atmen. Einfach mal eine Minute durchschnaufen. Da könnte man jetzt sagen, das ist alles esoterischer Humbug. Ich persönlich muss sagen, ich mache das. Ich mache das auch, wenn meine Apple Watch mich daran erinnert. Und es hilft einfach mal eine Minute lang weg vom Rechner, Augen zu und einfach mal durchatmen. Ist tatsächlich sehr hilfreich. Und das hat nun mal nicht jeder eine Apple Watch, aber jeder von Ihnen hat Teams. Und damit auch die Möglichkeit, dieses Modul an der Stelle einfach mit zu verwenden. Ja, also das ist schon mal wirklich sehr viel, was wir hier an der Stelle tun können. In diesem Bereich Viva Insights und Viva Connections. Was wir momentan nicht zeigen können. Wie gesagt, ist das Thema Viva Learning und das Thema Viva Topics. Das haben wir auch nur in einer Closed Beta für uns durchprobiert. Deswegen kann ich Ihnen das jetzt gerade leider nicht mehr zeigen. Wir haben uns dann überlegt, das ist zwar alles ganz nett für Bestandsmitarbeiter. Aber wir könnten natürlich das auch noch für neue Mitarbeiter besser aufbereiten. Deswegen haben wir dann im Prinzip den Gedanken von Microsoft aufgegriffen. Und haben gesagt, eben genau das Thema Wissensaufbau. Wie kriege ich zum Beispiel neue Mitarbeiter besser integriert in meine Firma, auch wenn dann zum Beispiel Homeoffice mal wieder ein Thema ist. Und haben dafür noch zusätzlich zum einen Mal eine Pre-Onboarding Experience gebaut, mit der wir dann neue Mitarbeiter in dem Tag, wo sie den Arbeitsvertrag bei uns unterschreiben, einen Gastzugang reingeben. Und da kann sich der neue Mitarbeiter bereits bevor er seinen Job dann tatsächlich antritt, einfach drin umschauen. Er kann sich angucken, wer sind die Teams, wie arbeitet die Pegasus, was kann ich da alles machen. Und zusätzlich, wenn er dann seinen ersten Arbeitstag hat, eine Onboarding-Page, wo wir den Mitarbeiter einfach abholen mit Checklisten, mit Trainingsmaterial, Videotrainings, diese ganzen Informationen, die wir dann da noch mitgeben können. Und nochmal, wer sind die Teams mit Links? Ich kann direkt dem Team beitreten, in dem ich jetzt arbeite, in dem ich mich hier in meiner Onboarding-Experience bewege. Und das sind halt Sachen, da haben wir gerade unsere neuen Mitarbeiter auch mal gefragt, die die letzten zwölf Monate angefangen haben, hätte dir das geholfen? Und die haben gesagt, das hätte mir nicht nur geholfen, sondern ich finde da immer noch Sachen, die mir bislang einfach so nicht klar gewesen sind. Und das ist natürlich dann ein super Feedback auch für uns, dass das tatsächlich sich an dieser Stelle lohnt. Basiert auf SharePoint, auch das können wir natürlich in eine Teams-App überführen, damit dann der neue Kollege direkt am ersten Tag auch in Teams dieses ganze Onboarding machen kann. Wenn Sie da Interesse daran haben an einer Einzeldemo, dann sagen Sie einfach Bescheid, weil das ist ein bisschen umfangreich, wenn wir uns da jetzt mit in der Tiefe beschäftigen würden. Wenn Sie insofern bei Interesse zum Thema Experience und New Employee Onboarding einfach Bescheid sagen, dann mache ich da gerne auch nochmal einen Demo-Termin dazu. Ja, wie gesagt, Teams, die größt und stärkst wegwachsende App im Bereich Microsoft. Da ist natürlich auch viel passiert. Windows 11 zum Beispiel kriegt Teams direkt ins Betriebssystem integriert, was auch ein sehr geschickter Zug an der Stelle ist. Was ist da in letzter Zeit so passiert? Seit der Ignite im März haben sich viele Dinge in Teams einfach verändert. Wir haben das Thema Dynamic View mit reinbekommen. Das funktioniert in vielen Umgebungen bereits. In manchen, wenn es noch nicht funktioniert, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis diese Geschichten da mit reinwandern. Das heißt, diese Möglichkeiten einfach noch mehr mit den Leuten connecten zu können, ist da schon direkt am Start mit da drin. Wir haben das Thema von PowerPoint Live, was auch eine richtig gute Geschichte ist. Ich muss nicht mehr meinen Bildschirm teilen. Ich kann direkt meine PowerPoint Slides aus Teams raus teilen, sofern sie denn in OneDrive liegen. Ansonsten muss ich sie halt hochladen. Ich habe auch, wie man es kennt, aus PowerPoint eine Vorschau, meine Moderationskarten und so weiter. Auch da ein richtig guter Ansatz. Funktioniert auch direkt zum Beispiel aus PowerPoint heraus. Ich kann sagen, ich will diese Bildschirmpräsentation in einer Teamsession teilen. Macht wiederum nochmal mehr Sinn, weil wir halt auch merken, viele Leute haben einfach ein Problem damit, ihren Bildschirm zu teilen. Auch ganz neu ist, was ich persönlich absolut cool finde, ist das Thema Standout Mode. Der ist in der Teams-Version ab 1400 1470 mit drin. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, über die Bildschirmteilen oder Inhaltteilen Schaltfläche hier oben auszuwählen, entweder der ganzen Bildschirm oder den Moderatormodus und können sich dann hier direkt mit reinrendern lassen in Ihre Präsentation. Das habe ich jetzt aktiv absichtlich heute nicht aktiviert, weil viele noch nicht auf dieser Version sind. Das ist aber nur der Anfang von der Reise. In Zukunft wird der Weg dann so ausschauen, dass wir einfach verschiedene Modi haben, wie wir dieses Standout-Modul benutzen können. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, zum Beispiel diesen Tagesschau-Modus einfach zu nehmen, indem meine Präsentation im Hintergrund läuft und ich einfach im Fokus bin. Man sieht es jetzt hier auch in der Animation. Wir haben verschiedenste Möglichkeiten, einfach eine Präsentation durchzuführen, was ich persönlich als jemand, der in der Woche zig solcher Präsentationen hält, eine super Geschichte finde, weil momentan klebe ich halt einfach nur als kleines Bild irgendwo am unteren Bildschirmrand oder am rechten Bildschirmrand und so bin ich halt einfach noch mehr einfach im Fokus auf Sie in meiner Präsentation und finde ich persönlich eine Riesengeschichte. Durch die ganze Homeoffice-Geschichte und dass mittlerweile so viele Leute in Teams da sind, haben wir natürlich auch das Problem, viele haben die Kamera aus, klar, ist auch kein Problem, aber ich sehe nicht mehr, wie die Leute reagieren. Ich kann kein Feedback bekommen dadurch, indem ich mir irgendwo die Leute anschaue. Deswegen das Thema Live-Reactions, auch ein Thema, was direkt mit reingekommen ist, können Sie, wenn Sie möchten, auch gleich direkt ausprobieren. Sie haben in Ihrem Teams am oberen Bildschirmrand die ersten drei Symbole von links und da ist so ein Smiley mit einer Hand. Und wenn Sie jetzt da draufklicken, dann können Sie einfach da ein animiertes Emoji-Con quasi abgeben und da, jawohl, ich sehe schon, Daumen hoch und klatschen, danke dafür. Das sind halt auch alles Sachen, das ist halt einfach, das macht das Ganze wieder ein bisschen persönlicher und meiner Meinung nach, auch wenn man es vielleicht für Spielerei halten kann, das sind halt Sachen, die das Ganze wesentlich runder machen an der Stelle. Ja, was ist sonst noch drin? Webinare gehen seit Neuestem auch in Teams. Das heißt, wenn Sie eine Veranstaltung planen, müssen Sie nicht mehr über den Weg gehen, dass Sie unbedingt das Ganze vorher mit Outlook verschicken und so weiter, sondern Sie können eine Registrierungsseite zur Verfügung stellen für die Teilnehmer, wenn es ein Webinar ist. Die Teilnehmer können sich dann auf einer extra für dieses Webinar angelegten Webseite registrieren. Sie als Einladender bekommen Feedback. Sie können die Präsentatoren, die Moderatoren an der Stelle auch gleich mit vorstellen. Sie haben also hier wirklich dann auch die Möglichkeit, das so zu machen, wie das große Trainingsanbieter tun. Sie haben damit einfach auch eine Möglichkeit, zum Beispiel auch noch Fragen an den Teilnehmer zu stellen, ob er vielleicht noch Unterstützung braucht oder sonst was. Es gibt ja viele Firmen, die mittlerweile dann eben auch Gestensprachler zusätzlich mit reinholen. und die in einem zweiten Fenster das Ganze einfach übersetzen in Gestensprache und Gebärdensprache. Und das ist natürlich schon cool. Ist halt direkt in Teams mit drin, kostet nichts. Man kann es halt direkt benutzen. Und wenn Sie das nächste Mal eine Veranstaltung planen, können Sie es einfach mal ausprobieren, ob das vielleicht das Richtige für Sie ist. Ja, dann nächstes Thema Teams-Telefonie. Wie gesagt, ein sehr, sehr großes Thema, ein sehr komplexes Thema, aber natürlich auch ein nachvollziehbares Thema. Ich habe es ja vorhin einleitend schon mal gesagt. Die große Thematik ist, ich bin im Homeoffice, ich habe mein Handy und ich will aber nicht mit meinem Handy telefonieren, weil derjenige, den ich anrufe, dann meine Handynummer sieht. Klar, ich kann die ausschalten, ich kann anonym anrufen. Aus der Erfahrung heraus geht man halt aber normal nicht hin, wenn jemand anonym anruft. Also ich zumindest gehe dann meistens nicht hin. Ich hätte gerne also meine Enterprise-Telefonie mit Anwesenheitsstatus, mit meiner echten Rufnummer aus der Firma auch zu Hause genutzt. Ich erreiche aber vielleicht meine Telefonanlage nicht so übers Internet, sondern ich brauche VPN. VPN heißt dann aber wiederum, ich telefoniere durch einen Tunnel mit einem ganz großen Overhead für die Verschlüsselung, was der Sprachqualität tatsächlich nicht gut tut. Das heißt, das Gespräch fängt an irgendwann zu jittern, die Audioqualität leidet darunter. Und das sind halt Sachen, da muss man halt dann entsprechend auch sich schon denken, ist das jetzt das Richtige? Insofern, wir benutzen alle Teams oder die meisten von uns benutzen, mittlerweile Teams, wäre es natürlich nur logisch, dass man, wenn man auf das Telefonhörer-Symbol in seinem Teams klickt, darüber nicht nur intern Leute anrufen kann, sondern auch den Rest der Welt. Deswegen gibt es natürlich dann das Thema Teams-Telefonie. Was brauche ich dafür, damit ich das benutzen kann? Natürlich allen voran Microsoft Teams, logischerweise. Und entweder einen Plan, bei dem das Thema Sprachtelefonie mit drin ist. Das sind aber leider nur die ganz teuren, nämlich 365 E5-Pläne. Oder aber einen Add-on-Plan. Das heißt, ich kann mir das Thema Teams-Telefonlizenzen dazu buchen bei Microsoft und habe dann die Möglichkeit oder die verschiedenen Möglichkeiten, entweder mit meiner vorhandenen Telefonanlage und parallel dazu mit Teams, mit meinen Nummern zu telefonieren. Oder aber, wenn meine Telefonanlage schon etwas älter ist, die zum Beispiel auch abzulösen durch Teams. Ich kann also komplett mit Teams meine Telefonanlage nachbilden. Oder ich kann zum Beispiel auch hergehen und ich sage, wir machen das Ganze jetzt mit nicht den echten Nummern von den Menschen. Wir möchten es erst mal ausprobieren. Dann holen wir uns halt ein paar Rufnummern von Microsoft, so ein Zehnerpäckchen. Das kriegen Sie eigentlich immer von Microsoft zur Verfügung gestellt für Demozwecke und probieren das Ganze erst mal aus. Wenn Sie dann mit Teams telefonieren, werden Sie relativ schnell feststellen, dass es Anwender gibt, die Ihnen sagen, ja, aber ich will ein Tischgerät. Oder Sie haben zum Beispiel die Situation, dass Sie Besprechungsräume haben. Sie möchten jetzt aber keine Kabel irgendwo reinstecken. Und Ihr Bildschirm, den Sie im Besprechungsraum haben, der kann vielleicht kein Miracast. Und deswegen können Sie auch nicht Ihr Windows-Bild dorthin projizieren. Dafür gibt es dann zum Beispiel Raumsysteme oder Raumtelefone, die Teams-fähig sind von den großen Herstellern, eben wie Lenovo, Logitech, Poly und so weiter. Yearlink natürlich auch ein Klassiker. Und diese Systeme integrieren sich komplett in diesen ganzen Teams-Kosmos. Und wenn Sie dann sich in den Raum setzen und sagen, ich habe jetzt einen Termin, ich nehme den an, ich will aber meine Sprache und mein Video nicht von meinem Laptop haben, sondern ich bin in dem Raum XY, dann nutzen Sie einfach die Technik, die in dem Raum sind, übergeben das Gespräch an den Raum, an das Raumsystem oder an das Raumtelefon und arbeiten damit. Für die privaten oder die persönlichen Geräte gibt es natürlich auch jegliche Art von Ausprägung. Natürlich die ganz klassischen Tischtelefone mit einem Hörer und einem Tastenfeld oder halt eben auch solche smarten Lösungen wie die von Plantronics, wo Sie dann zum Beispiel auch gleich noch so eine Ladeschale für Ihr Handy haben. Da ist ein Tastenfeld dran, wir haben ein Headset zur Verfügung und diese ganzen Sachen, die gibt es natürlich dann an der Stelle auch. Ist halt jetzt immer so eine Frage, das ist so diese Gretchenfrage, deswegen sage ich, das ist auch relativ kompliziert in der Beratung. Wir müssen uns halt einfach überlegen, wie können wir mit dem System am besten beim Kunden an? Was hat er schon? Wie können wir das integrieren? Wenn Sie da Interesse daran haben, sprechen Sie uns einfach bitte an. Dann machen wir gern mit Ihnen einen Termin, gucken uns mal Ihre aktuelle Telefonanlage und die Geräte, die dranhängen, an und überlegen uns dann, wie denn ein passender Weg für Sie an der Stelle einfach wäre. Teams hat natürlich als Telefonanlage auch verschiedenste Services dabei. Das heißt, so klassische Warteschlangenfunktionen können wir damit abbilden. Wir können damit zum Beispiel auch Agent-basiertes Calling machen. Quasi es gibt zum Beispiel das Team Vertrieb, das hat eine feste Durchwahl. Ich kann meine Zentrale komplett damit abbilden, indem ich zum Beispiel das Ganze von Cortana sprechen lasse und sage, wenn Sie mit dem Vertrieb reden wollen, sagen oder drücken Sie die Null. Das heißt, auch die Spracherkennung ist mit drin. Oder nennen Sie mir den Teilnehmer, mit dem Sie verbunden werden möchten. Dann sage ich zum Beispiel Katja Liegel. Das System schaut dann live nach auf Basis dieses gesprochenen Wortes. Im Active Directory ist die Katja heute da, ist die gerade im Gespräch oder, oder, oder. Und sage dann, meinten Sie Katja Liegel? Ja, dann verbinde ich dich. Oder kann ich nicht verbinden, weil es nicht da ist, im Urlaub ist, whatever. Ich schicke dich aber zur Voicebox weiter. Also solche ganzen Vermittlungsthemen, die kann ich hier auch komplett mit Teams abbilden. Auch dazu haben wir natürlich Demo-Umgebungen. Und wenn Sie da Interesse haben, dann ebenfalls sagen Sie einfach uns Bescheid, mir oder Ihrem Vertriebsansprechpartner. Dann können wir Ihnen das Ganze auch mal in einer ausführlichen Live-Demo vorführen. Ja, wenn man dann an der Stelle schon ist und sagt, ich denke mal über die Telefonie nach, dann ist man auch relativ schnell bei dem aktuellen Abrechnungsmodell seiner vorhandenen Telefonanlage. Häufig ist es ja so, wenn Sie zum Beispiel bei der Telekom sind, dass Sie vielleicht dort schon einen Rahmenplan gebucht haben und über diesen Rahmenplan halt auch entsprechende Vergünstigungen beziehen. Das ist natürlich dann prädestiniert dafür, dass man hergeht und sagt, ich möchte weiterhin mit der Telekom zum Beispiel meine Telefonie machen. Liebe Telekom, was könnt ihr mir denn für Gutes tun an der Stelle? Und da kommt man dann relativ schnell auf das Thema Teams-Telefonie. Sie kriegen das Ganze bei der Telekom im Paket als gehostete Lösung. Das heißt, die Telekom kümmert sich um die Anbindung Ihrer TK-Anlage und der Microsoft Teams-Welt. Plus Sie bekommen dort auch die Lizenzen gleich mit im Paket und haben halt hier tatsächlich ein Rundum-Sorglos-Paket und telefonieren weiterhin in Ihrem Rahmentarif, den Sie mit der Telekom vereinbart haben. Wenn Sie nicht mehr bei der Telekom sind oder noch nicht sind oder nicht mehr sein möchten, gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeit, zum Beispiel mit unserem Partner der Schmidtcom solche Sachen auch abzubilden. Das heißt, wenn Sie in dem Bereich wenig bis noch nichts haben oder einfach den Wechselwunsch haben, können wir auch hergehen und Ihre Rufnummern zum Beispiel über die gehosteten Session Border Controller von der Schmidtcom bereitstellen. Und da ist dann einfach die Schmidtcom, der Geschäftsführer der Armin Schmidt, Ihr Ansprechpartner dafür. Mit uns zusammen bauen wir dann solche Lösungen für Sie einfach auf. Wenn Sie schon eine Telefonanlage haben und zum Beispiel das ist eine Anlage von Swix oder die Netphone, wenn Sie es von der Telekom bezogen haben, dann haben wir da auch noch die Integrationsmöglichkeiten zusätzlich. Das heißt, wir können auch den Parallelbetrieb zwischen einer Netphone oder einer Swix und Teams machen. Wir können Teams in Netphone integrieren. Das heißt, wir kriegen auch die Präsenz-Stati in Netphone abgebildet. Wenn ich in Teams spreche, sieht mein Kollege, der Netphone benutzt, ich bin gerade im Gespräch. Wenn ich im Netphone telefoniere, stellt sich es automatisch in Teams auch um als nicht verfügbar. Und das ist das Nächste, was jetzt kommen wird. Es wird von Netphone beziehungsweise Swix auch eine Teams-App geben. Das heißt, auch diese Möglichkeit besteht, dass ich meine Netphone-TK komplett so beibehalte, wie sie ist, aber das Ganze ohne diesen doch nicht so unbedingt prickelnden Netphone-Software-Client machen muss, sondern das Ganze dann über die Teams-App machen kann. Und das ist natürlich wiederum eine Riesensache. Wie gesagt, Teams wird immer mehr zur Schaltzentrale für alle möglichen Dinge im Unternehmen. Insofern wäre das natürlich auch ein gangbarer Weg an dieser Stelle. Deswegen, wie gesagt, es ist sehr umfangreich, das Thema. Wir haben da einen relativ großen Beratungsaufwand dabei, weil halt so viele unterschiedliche Systeme und Szenarien einfach bei unseren Kunden draußen sind. Wenn Sie da Interesse haben, machen wir gerne einen Termin und schauen uns einfach mal an, was Sie da so haben. So, und jetzt muss ich tatsächlich mal kurz einen größeren Schluck trinken nach 53 Minuten. Kleinen Moment. So, sorry dafür, aber irgendwann trocknet einfach die Schleimhaut aus. So, was haben wir als nächstes auf dem Thema? Defender for Endpoint. Auch ein Riesending, eines meiner aktuellen Lieblingsthemen, der Defender for Endpoint. Das ganze Thema rund um integrierte Security. Der Defender ist auf jedem Windows 10 Rechner drauf. Könnte man jetzt natürlich sagen, ja, aber der ist ja nicht so toll und den kann ich nur über Gruppenrichtlinien oder von Hand konfigurieren. Richtig. Da kommen jetzt verschiedene Dinge gleich zum Tragen. Auf der einen Seite haben wir mit dem Thema Microsoft Intune bzw. EMS die Möglichkeit, den Defender, der vorinstalliert ist, zu managen. Zusätzlich dazu habe ich aber auch die Möglichkeit, mit dem Thema Defender for Endpoint auch meine Bedrohungsanalysen machen zu können. Ich sehe einfach da, was passiert, was ist los in meiner Infrastruktur, welche Bedrohungen habe ich denn an der Stelle. Und das Ganze setzt sich eben in diesem ganzen Oberbegriff Microsoft 365 Cloud Security zusammen. Man sieht auf dem Bild, wie die verschiedenen Module Defender für 365, Azure Information Protection, Cloud App Security und so weiter einfach zusammenspielt, um einfach jeder möglichen Bedrohung, die uns an der Stelle treffen kann, entgegenzuwirken. Und eben der Defender for Endpoint ist halt eins dieser Dinge, die wir an der Stelle einfach abbilden können. Zusätzlich haben wir natürlich damit auch noch eine ganz andere Lücke geschlossen oder ein ganz anderes Thema adressiert. Defender for Endpoint und die ganzen Sachen, die wir auf dem Slide haben, die gehören natürlich zu dem Thema Identity Management und Zero Trust. Das heißt, wir gehen wieder nochmal einen Schritt mehr in die Richtung Zero Trust. Was ist Zero Trust? Ich vertraue niemandem, ich vertraue keinem Gerät, keinem Netz, nicht mal meiner Firmenumgebung. Ich autorisiere und prüfe jeden Zugriff in jeder Richtung zu jeder Zeit. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Hause arbeite, ich benutze mein Windows 10, mein Surface, bin dort mit Multifaktor angemeldet und greife jetzt auf OneDrive zu, wird auch da jedes Mal geprüft, wer bin ich, welches Gerät bin ich, von wo ist die Anfrage her, was will ich sehen. Auch das wird ausgewertet. Und wenn da zum Beispiel Vertraulichkeitsinformationen drinstecken, muss ich mich halt nochmal in irgendeiner Form einfach autorisieren, damit ich das überhaupt zu sehen bekomme. Und dieses ganze Zusammenspiel der verschiedenen Sicherheitsmodule, die wir einfach hier haben, das macht das Thema A sicher, B natürlich komplex, aber auf der anderen Seite natürlich straightforward in den Bereich Endpoint Security, Datensicherheit, Compliance und so weiter. Alles die Themen, die wir halt einfach im Unternehmen tagtäglich finden. Und das integriert sich an der Stelle halt wirklich sehr gut. Gut, wieder kurzer Blick auf die Lizenzen. Was brauche ich dafür, damit ich grundsätzlich meinen Defender über die Microsoft Cloud verwalten kann? Erstmal nur verwalten, wohl gesagt, mit dem Endpoint Manager. Entweder einen Business Premium Plan oder Office 365 E5 oder Microsoft 365 E5. Oder aber Sie nehmen dann zusätzlich ein Add-on mit dazu. Es gibt diese Pläne Intune und EMS als Einzelpläne zusätzlich, die Sie pro Benutzermonat dazu lizenzieren können. Und haben dann einfach die Situation, dass Sie die verschiedenen Dinge einfach verwalten können. Man sieht es hier unten, ist auch, Moment, wo ist mein Laserpointer? Ich muss den wieder anmachen. Hier zum Beispiel das Thema Intune und EMS auch mit drin in dem MS 365 E3. Und das sind im Prinzip schon mal so die Grundvoraussetzungen, damit ich überhaupt meine Sachen managen kann. Was kriege ich damit? In Intune habe ich meinen Endpoint Manager. Ich kann meine Endgeräte dort einbuchen, meine PCs, meine Laptops, meine Smartphones, diese ganzen Sachen, die ich so habe. Die packe ich alle in den Endpoint Manager und kann die Sachen dann von dort aus mir anschauen. Das heißt, ich kriege auch hier die Möglichkeit, zum Beispiel meine Antivirus, meine Firewall, meine Bitlocker, diese ganzen Einstellungen ab dem Moment komplett cloud-nativ zu steuern und diesen Geräten diese Policies auch zu übermitteln. Was ich aber damit noch nicht habe, ist eine erweiterte Bedrohungsanalyse, nämlich aus Sicht von wann ist was passiert, Point-in-Time-Analysen und so weiter und so fort. Dafür brauche ich dann eben den Defender for Endpoint. Das System umfasst noch wesentlich mehr Themen, nämlich dann zum Beispiel das Thema Bedrohungsmanagement, Angriffsflächenverkleinerung. Wir haben damit eine automatische Response auch, wenn eine Bedrohung stattfindet, dass sich das System auch automatisch darum kümmert, dass diese Bedrohung eliminiert wird. Dass zum Beispiel andere Rechner innerhalb ihrer Infrastruktur, ihres Cloud-Netzes auch informiert werden darüber, dass da gerade was läuft. Wir können hiermit komplett automatisierte Reaktionsverfahren haben und haben, und das ist tatsächlich so, die Microsoft Threat Experts, die auch im Zweifelsfall mal Kontakt mit Ihnen dann aufnehmen, wenn es denn tatsächlich bei Ihnen gerade das Schiff schon am sinken ist und das Ganze bei Microsoft hochkocht, dann werden die sich auch bei Ihnen melden und Ihnen helfen. Ist auch ein extrem guter Ansatz, einfach weil dieses ganze Thema Security einfach so groß mittlerweile geworden ist. Wenn Sie Ihre Geräte da drin haben, haben wir die verschiedensten Dashboards, wir haben verschiedenste Bewertungen dazu. Wir können sehen, wie ist der Risk-Level von meinen Geräten, wo fehlen zum Beispiel gerade noch Patches, welche Sicherheitslücken werden mit den Patches geschlossen, wo ist vielleicht ein Benutzer gerade in einem Risiko, weil er irgendeine Exe ausgeführt hat. Das hat dazu geführt, dass Software nachgeladen wurde von einem Command & Control Center. Diese ganzen Sachen, die kriege ich dann halt mit dem Thema Defender for Endpoint. Und das werden wir uns jetzt auch gleich mal in einer Demo angucken, in einer kurzen. Da habe ich nämlich eine Demo-Umgebung dazu vorbereitet, die wir bei Microsoft im Cloud Exchange laufen lassen. Also diese ganzen Benutzer, die Sie jetzt hier sehen, die sind alle nicht echt. Die sind ausschließlich hier in meiner Demo-Umgebung existent. Wir als Partner können uns quasi sehr schnell mal ein Demo-Setup hochziehen lassen von Microsoft, um solche Sachen dann eben zu zeigen. Wir sind jetzt hier schon im Endpoint Manager Admin Center. Das heißt, wir sehen hier unsere Benutzer. Wir haben hier im Bereich der Endpunktsicherheit die verschiedenen Möglichkeiten einfach mal anzuschauen, wie jetzt hier zum Beispiel das Thema Antivirus. Da haben wir jetzt hier auch die Möglichkeit, dass wir sehen, jawohl, hier sind gerade keine Geräte mit aktiver Schadsoftware unterwegs. Ich kann hier drüber meine Datenträgerverschlüsselung, meine Firewall und so weiter einfach steuern. Und das ist das, was Sie mit EMS und Intune bekommen. Also hier hört für Sie die Reise auf. Sie haben Ihre Geräteverwaltung für macOS, Windows, iOS, iPadOS und Android. Sie können hier drüber Ihre Geräte managen. Sie können hier drüber die Geräte sicher machen. Sie können Apps verteilen. Sie haben halt hier diesen ganzen MDM-Ansatz, den wir ja auch schon öfter mal gezeigt haben, mit drin, was wirklich eine Riesensache ist. Eine sehr gute Geschichte. Sie können Softwareverteilung machen, Patch-Management darüber machen und eben die Endpunkte durchkonfigurieren. Im Grunde genommen eine Art von cloudbasierter Gruppenrichtlinie, die Sie einfach an Ihre Endgeräte verteilen. Großer Vorteil, Sie brauchen dafür wiederum kein VPN. Das heißt, gerade auch im Bereich Updates, Patch-Management, Risk-Management brauchen die Clients kein VPN, wenn die im Homeoffice sind, um irgendwelche Gruppenrichtlinien zu verarbeiten, sondern wir sind hier cloudzentriert. Diese Sachen passieren direkt bei Microsoft in der Cloud und werden auf das jeweilig eingebuchte Gerät angewendet. So, jetzt will ich aber trotzdem mehr sehen und da kommt dann eben das Thema Defender for Endpoint zum Spiel. Mit dem Defender for Endpoint aggregiere ich nicht nur meine gesamten Clients und Geräte, sondern ich schaue mir, wie gesagt, auch das User-Risk-Management an. Wie verhalten sich meine Anwender? Und ich kriege auch eine Sicherheitsbewertung über meine gesamte Infrastruktur, nämlich nicht nur meine Endgeräte, sondern auch die Microsoft-Cloud-Welt. Das heißt, wie sicher ist mein Exchange, mein OneDrive? Wie sicher sind meine Applikationen, die ich in der Cloud laufen lasse? Und das Ganze bekomme ich hier quasi in einem durchgehenden Sicherheitsbewertung präsentiert und habe halt hier tatsächlich den zentralen Anlaufpunkt, um mich als Admin meiner eigenen Umgebung mit den Dingen zu beschäftigen. Ja, man sieht jetzt hier zum Beispiel, hier waren, sind Berechtigungen, Bedrohungen entsprechend gewesen. Ich habe einen Benutzer, der gerade entsprechend ein Risiko darstellt. Und wenn wir dann zum Beispiel mal in den Bereich Sicherheits-Risiko-Management reingehen und die Empfehlungen uns anschauen, dann kriegen wir von Microsoft hier auch einfach tatsächlich direkt in Detail zu sehen, hier ist ein Gerät, da sind aktive Zero-Day-Schwachstellen drin. Da sind 25 Schwachstellen, die noch nicht gepatcht worden sind. Ich kriege hier komplette Beschreibungen dazu. Ich kann mir die Geräte anschauen, die da gerade in dem Moment betroffen sind, kann von hier aus auch die Remediation-Phase einleiten, indem ich halt diesem Gerät jetzt auch die Updates aufzwinge, damit dieses Gerät einfach jetzt sofort sicher wird. Das Gerät selber hat ein sehr hohes Gefahrenpotenzial. Wir können die ganzen Bewertungen sehen. Wir können sehen, was ist da genau los. Hier wurde zum Beispiel tatsächlich mal ein ungewolltes Verhalten auch erkannt. Und dann kriegen wir hier auch eine komplette Timeline über die verschiedenen Dinge, die hier passiert sind. Was ist dort auf dem System gewesen? Wir können sehen, welche Technik wurde hier ausgeführt. Wir können genau eine Bedrohungsbeschreibung bekommen. Wir sehen, hier hat die PowerShell einen Prozess gestartet. Das ist natürlich alles nur Demo. Aus der PowerShell wurde ein Notepad gestartet und dann wurde eine Verbindung nach außen hergestellt. Und sowas, das wird halt live sofort erkannt von Defender for Endpoint. Das heißt, wir haben hier einen sehr, sehr, sehr tiefen Blick einfach in die Security von unseren Endgeräten. Und das Ganze macht nicht vor Windows halt, sondern das geht hin bis zu mobilen Endgeräten. Es gibt den Defender for Endpoint zum Beispiel auch für iOS. Ich habe den auf meinem Smartphone drauf. Und wenn man abends einfach mal zum Beispiel nach Tools sucht, wenn man mal sich gerade jetzt in dem Security-Bereich mit was beschäftigt und ruft gewisse Files auf, zum Beispiel eine PCAP-Datei auf dem Smartphone, wo ein Angriff drin ist, kriegt man auch sofort eine Benachrichtigung, egal in welchem Browser ich das tue. Diese Datei, diese Seite, das wurde gesperrt, weil es ein Sicherheitsrisiko darstellt. Wir haben mit dem Defender for Endpoint auf den mobilen Endgeräten einen permanenten Tunnel direkt zum Microsoft Security Operations Center. Das heißt, wir schützen wirklich alle Geräte innerhalb unseres Firmennetzes damit. Ist eine Riesengeschichte. Macht auch durchaus Sinn. Denn preislich ist es tatsächlich gar nicht mal so schlimm. Man muss halt das Ganze immer mal gegenrechnen. Wie schaut das aus zum Beispiel, wenn ich stattdessen meine Drittanbieterlösung ablöse, wenn ich zum Beispiel dann auch gleich eben diese Themen Software Management, Patch Management, Updates, Mobile Device Management. Das kann ich ja alles für ein relativ kleines Budget hier komplett direkt mit abbilden. Und dann wird es erst richtig spannend, wenn ich dann nochmal eine Etage weitergehe, wenn wir mal hier auf unsere Startseite gehen. Und da kommen wir nämlich dann gleich zu unserem vorletzten Thema. Wir können diese ganzen Insights auch direkt in Azure Sentinel bzw. Azure Security Center übergeben und bekommen dann einfach den Draufblick auf sämtliche Informationen, was bei mir passiert innerhalb der Cloud, aber auch von On-Premise-Systemen. Denn auch das geht plus zum Beispiel den Stream-Logs von meiner Barracuda-Firewall, von meiner Fortinet-Firewall, von meinem Proxy, von meinen anderen Systemen. Alles, was Logs kann, schreiben wir dann in Azure Sentinel. Und das wollen wir uns jetzt einfach im nächsten Abschnitt mal mit anschauen. Nämlich Log Analytics, Security Center und Sentinel. Das sind drei Produkte, die tatsächlich das Leben von Admins nochmal wesentlich leichter machen können. Wer das kennt, Vesu-Server, Patch-Management, das sind halt alles immer so leidige Themen. Es muss gemacht werden, da führt kein Weg dran vorbei. Aber Microsoft kann das Ihnen auch so bereitstellen, dass es halt einfach wesentlich schöner funktioniert. Sie können sich, wenn Sie die Clients zum Beispiel mit Intunes und EMS schon verwalten, zum Beispiel von dem ganzen Thema Windows-Updates komplett verabschieden. Sie brauchen für das auf jeden Fall keinen Vesus mehr. Bleiben also noch die Server, die müssen auch gepatcht werden. Und dazu gibt es eben das Thema Log Analytics. Mit Azure Log Analytics installieren Sie auf Ihren Servern lokal oder auch in der Cloud einen kleinen Agent. Und der meldet permanent alle Logs direkt in einen Log Pool bei Microsoft. Microsoft analysiert diese Logs auch wiederum KI-basiert aus Sicht eines Security und Incident Response Monitorings, kurz sieben Systems. Und schaut sich einfach an, was da so los ist. Auf der einen Seite bekommen wir Empfehlungen, wie zum Beispiel da fehlen Updates oder da ist eine Sicherheitslücke Zero Day. Wir haben es vorhin gesehen. Das funktioniert im Prinzip auf der gleichen Technologie. Wir können aber darüber auch mit sogenannten Azure Automation Runbooks verschiedene andere Dinge steuern. Nämlich vor allem das Thema Update Management. Ich kann mit Azure Log Analytics mein komplettes Update Management meiner Windows Server von Azure auslaufen lassen. Die Server, die bleiben lokal. Meine Updates werden aber aus der Cloud angesteuert, analysiert. Und ich bekomme auch darauf basierend dann eine Bedrohungsanalyse wieder. Wie akut oder wie aktuell sind meine Systeme, die ich hier in der Cloud laufen lasse und wie gut sind meine Systeme in On-Premise. Auch das wiederum in einen Topf zusammengepackt. Auch da merkt man wieder, dieser Hybrid-Ansatz, das ist einfach eine Riesensache. Und Microsoft stellt uns einfach mit diesen Möglichkeiten viele Dinge zur Verfügung, um einfach Sachen, die man vorher immer On-Prem betreiben musste, einfach loszuwerden. Log Analytics, relativ überschaubare Geschichte auch an der Stelle. Wir haben bei der Abrechnung hier eine Betrachtungsweise je Log-Quelle. Das heißt, bei 10 Servern haben wir 10 Log-Quellen. Microsoft ruft standardmäßig dafür 15 Dollar pro Quelle pro Monat auf. Sie haben 500 Megabyte Log-Traffic am Tag zur Verfügung. Das reicht locker. Also wir haben Kunden mit Riesenumgebungen, die knacken in Summe nicht mal die 500 MB. Und Sie können damit das komplette Thema dieser Auswerterei und des Update-Managements komplett an Microsoft übergeben. Zusätzlich dazu dann eben das Security Center. Hier wandern dann eben alle Bedrohungen aus dem, was der Log Analytics Pool entsprechend geliefert hat, zusammen. Wir kriegen hier eine Bewertung. Zum einen, es fehlen vielleicht Updates, es fehlen vielleicht andere Sachen. Oder hier sind Einstellungen nicht in Ordnung. Mit Empfehlungen und auch hier teilweise mit automatisierten Lösungsansätzen. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal sagen, wir haben hier einen Rechner, bei dem der ist mit Port 3389, also RDP direkt im Internet. Hier wäre die Empfehlung, mach bitte diesen Port zu. Und wenn es eine Azure-Ressource zum Beispiel ist, haben wir auch einen automatischen Hotfix mit drin. Das heißt, wenn ich sage, jo, repariere mir das, dann kümmert der sich automatisch darum, dass die Sicherheitsempfehlungen auch entsprechend an der Stelle umgesetzt werden. Das Ganze dann wandert in das Thema Security Operations Center bei Microsoft. Das heißt, dieses Security Operations Center sind verschiedenste Log-Quellen, verschiedenste Insights. Das kann aus den Office 365 Logs sein, die Anmelde-Logs, das Azure AD-Log, meine Firewall, meine ganzen Clients, die sich ja sowieso dort melden, über Defender, über Intune, über EMS und so weiter. Und das wird dann hier an der Stelle aggregiert. Das heißt, wir kriegen hier einen kompletten Draufblick, KI-gestützt, aber auch Menschen-gestützt auf meine Informationen. Das heißt, Microsoft kümmert sich, sobald ich hier anfange, mit Security Center zu arbeiten oder eben auch mit Sentinel, dass meine Systeme alle Informationen zeitpunktgenau miteinander korrelieren. Und im Falle eines Angriffes, je mehr Log-Quellen ich einfach hier reinbringe, umso früher die Erkennungsrate eines Angriffs, eines Ausbruchs, eines Hacks einfach an der Stelle sein können. Und das ist tatsächlich die hohe Kunst, solche Informationen nicht nur zu sammeln, sondern auch entsprechend auszuwerten. Und da steigen halt sehr viele Admins einfach aus, weil sie könnten ja jetzt auch hergehen, sich zum Beispiel Splunk besorgen. Splunk kostet nichts. Also Splunk kostet nichts. Man sieht es bei mir hinten auf dem T-Shirt. Ich habe tatsächlich heute ein Splunk-T-Shirt an. Ich bin ein großer Fan von Splunk. Mit 500 MB am Tag kostet sie das überhaupt nichts. Dann können sie dort auch ihre Daten sammeln. Aber das große Problem ist, sie müssen die Daten ja auch auswerten. Das ist eine Riesenherausforderung, diese Informationen, die da drin stecken, zu interpretieren. War jetzt ähnlich wie mit dem Hafnium-Hack. Da gab es ja auch verschiedenste Sachen, die man ausführt, wo man einfach Protokolle sich anschaut. Ja, die Kunden haben uns Protokolle geschickt, haben gesagt, ja, weiß ich nicht, ist das jetzt gut? Ist das jetzt schlecht? Was kann ich denn jetzt damit tun? Und das ist nämlich genau das Problem. Je mehr Logs sie produzieren aus ihren verschiedenen Umgebungen, umso undurchsichtiger wird das. Das, was wir brauchen, ist also entweder jemand, der den ganzen Tag sich nur mit den Logs beschäftigt oder halt eine sehr intelligente Lösung, die aus dieser ganzen Datensammlung und dieser Masse von Informationen einfach eine Analyse fährt und ihnen dann einfach sagt, Jo, alles gut, alles in Ordnung oder ich habe gesehen, hier hat sich der Anwender Müllermeier gerade eine Mail runtergeladen, der hat das geöffnet. Da war ein Verschlüsselungstrainer drin. Wir hatten jetzt Kommunikation mit einem Command and Control Center. Hier wurde was nachgeladen und wenn ich das so möchte, automatische Remediation. Ich sperre jetzt diesen Menschen aus und informiere die IT, dass da gerade ein Sicherheitsvorfall stattfindet. Das ist natürlich schon eine andere Nummer. Kriegen Sie hier komplett mit diesen Lösungen von Microsoft out of the box zur Verfügung gestellt. Die oberste Ansicht von dieser ganzen Sammlung wäre nämlich dann unser Azure Sentinel. Das heißt, mit dem, was wir jetzt von unten weg im Prinzip uns gerade so aufgebaut haben, die letzten 20, 30 Minuten von einer Endpoint-Analyse, Defender für 365 und so weiter, Cloud Security, Cloud App Security, diese ganzen Sachen, die Server, die Logs, das alles zusammengezogen und aggregiert, können wir uns dann mit Azure Sentinel einfach anschauen. Der Sentinel kümmert sich eben um genau diesen Draufblick und diese intelligente Threat-Analyse und das Informationsmanagement gegenüber dem Kunden, gegenüber Ihnen, damit Sie einfach an der Stelle sicher sein können, dass bei Ihnen nichts ist. Und wenn was ist, dass Sie hier einfach ganz klare einen zentralen Anlaufpunkt haben, mit dem Sie alle Informationen sich rausziehen können, um sagen zu können, okay, alles klar, Microsoft, Pegasus, kümmert euch drum oder ich habe es selbst gelöst. Und das ist genau das Thema, aufgrund der Vielfalt, dass wir solche klaren, strukturierten Informationen bekommen, weil andernfalls, wer anfängt mit dem Thema Logging sich zu beschäftigen, wird schnell merken, das ist tatsächlich ein Fass ohne Boden. Im Gesamtkontext integriert sich das Ganze natürlich dann in der Cyber Security Referenz Architektur, in die Grenzen verschiedenen anderen Produkte. Ich habe es jetzt schon gerade ein paar Mal gesagt, ich will es aber einfach nochmal zeigen, weil das bildlich einfach ein bisschen schöner darzustellen ist. Wir haben als Dienste hier oben unser Office 365, wir haben die Cloud App Security von Office 365, wir haben die Informationen zu Conditional Access, Multifaktor, funktioniert das alles. Wir haben dann hier unsere Hybrid Cloud Infrastruktur, unsere eigenen Data Center oder Microsoft Azure mit allen Dingen, die in Microsoft Azure ebenso passieren können. Wir haben zusätzlich dazu das ganze Thema Active Directory in der Cloud, Azure AD. Wir haben hier drüben unsere Clients, egal ob gemanagt oder ungemanagt, sobald der Client drauf ist, der Agent, und mir die Logs liefert, kann ich die auch analysieren. Wir haben hier unten den Defender, in der Folie hier heißt er fälschlicherweise noch Defender ATP, das ist eben jetzt Defender for Endpoint. Wir haben die Windows 10 Enterprise Security, wenn man Windows 10 Enterprise Kunde ist. Diese ganzen Sachen kriege ich hier mit rein und das alles wird komplett gesammelt, wird komplett in der Cloud automatisiert ausgewertet durch das Security Operations Center von Microsoft. Die sitzen übrigens in Irland, da arbeiten momentan etwas mehr als 9000 Leute in diesem SOC und haben damit einfach diese ganzen Möglichkeiten, Bedrohungsmanagement, Ausbruchsmanagement, Patching und, 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 das alles komplett abzufackeln. Und ich kenne niemanden, ich kenne keinen Cloud- oder Softwareanbieter auf dem Weltmarkt, der diesen Umfang einfach an der Stelle bereitstellen kann. Wir sind fast alle mit Windows unterwegs, wir benutzen größtenteils Teams, wir nutzen Office 365, diese ganzen Sachen, die sind eh schon da und unterm Strich ist es einfach nur eine logische Schlussfolgerung, dass man diese ganzen Informationen dann entsprechend auch auswertet und sicherstellt, dass hier einfach nichts im Argen ist. Wir gucken noch mal kurz rein, wie das Ganze dann in der Praxis ausschauen kann. Ich muss nur schnell gucken, jawohl, das ist hier die richtige Umgebung. Bei uns ist das so, wir haben natürlich das auch für uns schon aufgesetzt, man hat auf der einen Seite mal hier diese On-Premise Automation, das heißt hier unsere ganzen Logs, die wir hier mit reinloggen, das heißt in eine Resource Group Log Analytics. Wir haben darüber zum Beispiel die Möglichkeit Update Management zu machen, wir kriegen ein komplettes Inventar darüber. Diese Informationen, wie gesagt, die in einem Log-Container gesammelt werden, die werten wir dann an der Stelle entsprechend aus und bekommen eine Bewertung dafür, wie schaut es denn da gerade im Moment aus, was kann ich, was muss ich vielleicht noch machen und wenn wir uns ja zum Beispiel diese Windows 10 Demo VM mal vornehmen, was mit der da gerade los ist, da haben wir gerade ein rotes X gesehen, das Ding wird nicht überwacht, dann sieht man hier jede Menge Sachen, die noch zu tun wären, das heißt das erhöht auf jeden Fall auch den Bedrohungsgrad, weil halt einfach Sachen fehlen auf dem System und wenn ich zum Beispiel sage, hier ist keine Endpoint Protection auf der VM, dann gehe ich halt her und sage, installe mir das. Microsoft Anti-Malware Engine, klack, mach's drauf, ich könnte jetzt noch Dateiausschlüsse entsprechend mitkonfigurieren und spätestens jetzt installiert sich gleich der Service, der fährt den hoch, der holt sich dann seine Policies aus dem Intune beziehungsweise EMS Setup und kümmert sich danach dann einfach darum, dass dieses Gerät aktuell bleibt oder eben auch die andere Frage, zum Beispiel der Log Analytics Agent ist nicht drauf, das ist auch mal eine Grundvoraussetzung. Ich sage, fix mir das, reparier die Ressource, ach so ja, da müssen wir natürlich noch unseren Arbeitsbereich dafür aussuchen, das ist unser Sentinel Workspace und jetzt wird das einfach gemacht. Das sind Wartungspläne, die automatisiert durchgeführt werden können, auch wenn man das möchte und hier haben wir einfach die Draufsicht für alles, was rund um das Thema Log Analyse von VMs, aber auch zum Beispiel von anderen Azure Services eine Rolle spielt. Wir können hier auch unseren Bot Service beispielsweise auswerten. Ja, und dann, wie gesagt, wenn ich diese ganzen Infos habe und verwalte, dann sind wir zuletzt beim Azure Sentinel, das heißt hier sammeln wir alle Informationen von allen Quellen, die wir zur Verfügung stellen können und lassen das einfach vom Sentinel auch nochmal zusammen aggregieren, um dann hier wirklich eine Point-in-Time-Analyse machen zu können. So wie es jetzt ausschaut, sollte es natürlich ausschauen, keine Bedrohungen, keine Alerts, es ist alles gut. Lieber Admin, kannst dich wieder zurücklehnen, bei dir ist die Welt in Ordnung. Hat einfach den großen Vorteil, dass wir sehr schnell einfach eine Aussage treffen können, wie es um den Status der Sicherheit bei Ihnen im Unternehmen ausschaut. Und das führt uns dann wieder zurück zur Keynote von Satja. Das Thema Azure Lighthouse, beziehungsweise Project Lighthouse, ist genau das Thema, was wir Ihnen auch als Service anbieten können, sofern Sie momentan Business Premium Kunde sind, weil es ist aktuell nur für Business Premium möglich, wird aber demnächst auch für Microsoft 365 möglich sein, eben unter dem Projektnamen Orland, dass wir das hier als Service Anbieter einfach zentral für Sie als Kunde alles verwalten, auswerten können und uns auch automatisch darum kümmern können, dass Ihre Umgebung sicher ist. Weil ich weiß, ich habe das jetzt hier schon mehrmals präsentiert, ich weiß, wenn Sie das heute das erste Mal gesehen haben, es erschlägt. Es erschlägt Sie auf jeden Fall, weil es so umfangreich ist. Und das ist einfach unser Ansatz, dass wir sagen, wenn Sie möchten, können wir uns auch für Sie einfach um die Sicherheit Ihrer Lösung oder Ihrer Systeme an der Stelle kümmern. Gut, letztes Thema für heute. Keine Sorge, das wird nicht mehr so kompliziert. Das Thema Lizenz Self Service, das ist auch was, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, weil wir wissen, bei Kunden, die die Microsoft-Lizenzen über uns beziehen, ist es immer ein bisschen so ein Ping-Pong. Sie haben jetzt irgendwie den Anspruch, Sie stellen jemand Neues ein, gucken vorher im Admin-Center, oh, ich habe keine Lizenz mehr dafür. Wo kommt die Lizenz her? Ah ja, von der Pegasus, dann rufe ich da mal an oder schreibe eine Mail, hey, gib mir doch bitte mal eine Lizenz. Oder Sie hatten vielleicht ein Projekt, Sie haben mit Freelancern gearbeitet, hatten jetzt etliche Freelancer mit in dem Projekt drin. Das Projekt ist zu Ende, jetzt haben Sie zehn Lizenzen zu viel. Wie kriegen Sie die denn jetzt wieder los? Dafür haben wir eben unseren Lizenz-Self-Service aufgezogen und Sie können, wenn Sie die Lizenzen von uns beziehen, ab sofort über den Innendienst von uns beziehungsweise über Ihren Vertriebsansprechpartner sich bei uns melden. Dann richten wir das für Sie ein und ab dann stellen wir Ihnen eine Oberfläche zur Verfügung, mit der Sie Ihre Lizenzen selbst verwalten können. Ist eine gute Geschichte. Sie haben es damit einfach selber wieder in der Hand. Wir bekommen eine Information dazu, auch wenn Sie Ihren Lizenz-Count verändern. Einfach, weil es für uns natürlich auch wichtig in der Abrechnung ist. Und damit sind Sie halt nicht mehr so im Prinzip an die Kommunikation mit uns gebunden, sondern können diese Sachen an der Stelle selber tun. Das Ganze ist ein Produkt, was wir mit unserem Partner Tech Data aufgezogen haben. Zusammen läuft ebenfalls übrigens auf Azure, dieses Portal. Und damit haben wir einfach die Möglichkeit, Ihnen das zur Verfügung zu stellen. So, die Katja, die zuckt hier gerade schon. Die wollte auch noch was sagen. Katja, dann übergebe ich mal kurz an dich und ich habe eine Verschnaufpause. Die habe ich auch nötig jetzt. Ja, das denke ich auch. Also vielen Dank. Ja, waren super spannende Themen, aber ganz schön viel Input. Muss erst mal sacken wahrscheinlich im ersten Moment. Genau, ich wollte nur wie immer kurz auf unsere kleine Feedback-Umfrage verweisen. Wir versuchen ja, unsere Events immer zu optimieren und neue Themen anzusprechen. Und ich habe in den Chat wieder einen Link gepostet. Wir würden uns total freuen, wenn Sie einfach kurz die fünf Fragen beantworten könnten. Und ja, das wäre es von meiner Seite. Danke schon mal, Alex. Danke für die Teilnahme an Sie. Und wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder wir Ihnen irgendwie Unterstützung bieten können, gerne an uns wenden. In jeglicher Art. Auch an mich, an Alex, an den Vertriebler, der zuständig ist. Genau. Dann wieder zurück an dich, Alex. Danke. Ja, Katja, danke. Ja, auch an der Stelle von mir noch mal ganz kurz ein Hinweis. Wir haben natürlich regelmäßig solche Events. Wir sind momentan in der Kaspersky-Snack-Session-Reihe unterwegs. Auch dazu sind Sie natürlich gerne eingeladen, sich das anzuschauen, sich da zu registrieren. Ansonsten stellen wir jetzt dann ein ganz neues Thema bei uns vor, ganz brandneu. Wir haben das ja schon immer wieder mal so ein bisschen gehabt. Pegasus IQ, unsere Schulungsplattform. Auch dazu haben wir zwei Snack-Sessions, wo wir das dann entsprechend vorstellen. Die sind beide gleich vom Inhalt her. Wir haben nur zwei verschiedene Termine. Insofern auch dazu, wenn Sie möchten, gerne anmelden. Ansonsten von mir im Prinzip ja auch ein herzliches Danke in die Runde. Ich bin im Prinzip damit tatsächlich am Ende neun Minuten schneller, als ich gedacht hätte. Ein Hinweis aber noch an der Stelle, falls Sie es noch nicht mitbekommen haben. Wir sind ja auch in Social Media mittlerweile sehr aktiv. Wir sind auf Facebook, wir sind auf Twitter, auf YouTube. Folgen Sie uns, wo Sie uns folgen können. Und da würden wir uns natürlich freuen, wenn Sie dann auch den einen oder anderen Daumen nach oben mal da lassen oder uns natürlich auch entsprechend weiterempfehlen. Da freuen wir uns natürlich dann noch viel mehr drüber. Wenn Sie noch Fragen haben zu der heutigen Session, dann bitte jetzt gerne im Chat oder aber gern mit aktiviertem Mikrofon. Wenn Sie keine Fragen mehr haben, wünsche ich Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Es soll, glaube ich, warm werden. Insofern nicht die Sonnencreme vergessen. Und ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.